hey leute was geht Advertrex ist hier und so oh nein oh nein falscher kanal moins leute nico fam gamer bist du hier heute spielen wir mal ne runde lol dynamic queue so oha dynamic queue ist und bleibt scheiße dieses neue champion slag ist und bleibt scheiße jetzt habe ich auch noch eine sms bei whatsapp bekommen nice guckt euch diesen champion slag an was fällt euch auf es ist der größte Bullshit richtig ähm und zwar das erste mal die letzten 3 band jeder spieler hat 40 Sekunden Zeit sich für ein Band zu entscheiden 4 Sekunden das sind schon fast 3 Minuten für 3 Bands das sind heißen fast 6 Minuten oder sagen wir auch sagen wir 5 Minuten ja sagen wir 4 Minuten etwa so zusammen 4 Minuten nur um Band so dann spielt dann pick jeder jeder einzeln jeder 40 Sekunden das heißt das sind nochmal so um die 6 7 Minuten in der Champions das sind insgesamt sagen wir mal 10 Minuten in der Champions Select die du einfach vergoldest scheiße auf andere scheiße auf dem Chat scheiße auf alles insta-log ja insta-log rein fertig ok g vorbei ff gg ja und wahrscheinlich haben die ersten auch schon in die Kommentare geschrieben ich habe meine Masteries vergessen zu ändern und meine Ruhe wahrscheinlich auch wuuh 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 sehr nice Nico sehr nice super also es ist ausprobiert bei Skins get wins deswegen haben wir hier auch einen ober krassen Skins nur deswegen gewinnen die ganze Zeit wo ist das Leute ja hör auf zu sparen ich kann das auch warte mal so du bist Das war echt besser hier, muss ich sagen. Das war echt besser hier, muss ich sagen. Tamp Kenji ist natürlich auch echt, ja. Tamp Kenji ist auch so, okay. Tamp Kenji ist auch so, okay. Also er frisst sich einfach, um mich zufrieden. Um mich zufrieden. Um mich zufrieden. Na klar, er muss erstmal die 3 Stecks drauf bekommen, ne. Wenn man mit so'n Lappen drücken, dann geht er schon. Opiee, motherfu**er. Opiee motherfu**er. Opiee motherfu**er. I see him. Nice boys, nice! Kann ja nicht alles haben, ne? So, hier! Rapid Fire Cannon, meinst du? Weißt du das so, Rapid Fire? Ne, Rapid Fire Camp. Ne, Rapid Fire Camp. Warte mal. Rapid Fire Camp, Rapid Fire Camp, Rapid Fire Camp. Aber mega locker. Und da... Was ist das denn der Killing Spree? Das war echt gut gespielt von der Oh nein Alles gepland